Es ist mal wieder der Zeit für den Tapetenwechsel. Aus diesem Grund nehme ich dich mit auf die Reise vom alten Studio zum neuen. Das neue Studio sollte nicht nur ästhetischer aussehen, sondern auch praktischer sein und die Probleme, die ich mit dem alten Studio hatte, lösen. Das bisherige Setup war darauf ausgelegt, dass ich direkt zu dir durch die Kamera spreche, mit einem fancy Hintergrund und einem immer gleichbleibenden Bildausschnitt. Da ich nun meinen Videostil angefangen habe zu ändern, benötige ich auch ein anderes aufgebautes und dekoriertes Studio. Und da wir erst vor knapp einem Jahr in diese Neubauwohnung gezogen sind, machen sich immer mehr Risse in den Wänden bemerkbar. Dagegen kann ich aktuell nichts tun. Ich habe daher versucht, die Risse im neuen Studio so gut es geht zu verdecken. Das nächste Problem waren die vielen Kabeln und Utensilien bzw. Equipment, die überall herumlagen. Daher sollte das neue Studio genug geschlossenen Stauraum und Reichweite bieten. Und dann möchte ich auch weg von dem super fancy Hintergrund zu einem ästhetisch ansprechenden Hintergrund. Das bedeutet, ich musste die vielen Schallabsorber bzw. Schaumstoffplatten herunternehmen, die Klebereste entfernen und die entsprechenden Stellen neu ausmalen. Vom technischen Equipment her wird es bei einem großen Hauptlicht mit 120 cm Durchmesser Softbox auf einem Lichtstativ mit Rollen bleiben. Den großen, weißen, höhenverstellbaren Tisch behalte ich und werde ihn vorrangig für Overheadshots und Unboxing benutzen. Dann habe ich mich entschieden, ein Desk-Setup von Micaea zu kaufen. Bestehend aus einer Tischplatte und zwei Schubladenkästchen mit dem Namen Alex. Ist bestimmt nur ein Zufall, dass die genauso heißen wie ich. Auch ein neuer Stuhl musste her, da der alte keine hohe Rückenlehne hatte und ich doch etwas Ergonomisches haben wollte. Auf der Tischplatte liegt nun auch eine grau-weiße Filz-Schreibtischunterlage für einen schönen Kontrast. Da ich ja bisher nur das 14 Zoll MacBook Pro hatte, habe ich mir auch einen knapp 40 Zoll großen Ultraweit-Monitor von LG gekauft. Genau genommen wurde es der 40W P95C W von LG. Und um auf diesem riesen Monitor ein besseres Fenstermanagement zu haben, habe ich mir auch die Mac App Magnet aus dem App Store geladen. Verbunden mit dem neuen Monitor habe ich das MacBook in einen vertikalen Notebook-Ständer in das Regal nebenangestellt. Und mit dem Magic Keyboard und einer farblich passenden schwarzen Magic Mouse ist das Setup nun nicht nur funktionell, sondern sieht auch noch gut aus. Um meinen neuen Arbeitsplatz etwas aufzuheilen, habe ich mir noch die Monitorlampe von Benku mit dem Namen Screenbar Hello auf Amazon gekauft. Mit dem kabellosen Touchregler lässt sich die Helligkeit stufenlos regeln. Auch die Farbtemperatur und ein Rücklicht, also auf der Rückseite des Monitors, lassen sich einstellen. Kommen wir nun noch zum Regal. Zuvor hatte ich im selben Stil eine kleinere Version von Ikea. Und da ich die größere Variante bereits zu Hause hatte und sowieso mehr Platz für mein Equipment und Deko benötige, habe ich mir das größere Regal in die Wand gestellt. Dort sind jetzt ein paar Originalverpackungen, die ich noch nicht wegschmeißen möchte, eine Drohne, ein paar Pflanzen und Mikrofone aufgestellt. Und weil ich schon beim Mikrofon bin, da ich mit dem Micro-USB-Einschluss vom Shure MV7 nicht super zufrieden war und jetzt meinen Raum wieder etwas mehr halt, kann ich das Video Mikro 2 von Rode auch nur bedingt einsetzen. Und da Rode nun eine Subfirma namens Rode X gegründet und dort eine neuere Version des Dynamisch-Mikrofons Podcaster, nämlich das X-DM100 vorgestellt hat, habe ich mir auch dieses besorgt. Zu diesem Mikrofon gibt es auf meinem Kanal auch schon das eine oder andere Video, das durchaus interessant für dich sein könnte. Ich bin jetzt noch am überlegen, ob ich den Monitor direkt an die Wand montieren werde, um mehr Platz am Tisch zu haben und ob ich mir für das Regal ein paar LED-Streifen besorgen werde. Wie findest du mein neues Studio? Schreib mir deine Meinung doch einfach in einem Kommentar unter diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao.